Hi, ich bin Christian Kemper und wir melden uns heute auf unserem heimischen Pool am Niederrhein für Mallorca und Ibiza hat dieses Jahr nicht gereicht. Ich kümmere mich schon mal ab für den 14.09. für die Eviva Mallorca Party und da wird es heiß hergehen, denke ich. Nicht nur das Fliehaufleser, sondern Magnus Becker, Ina Colada, Remi Demi Boys und und und. Und eine geile Party, feiert mit uns. Der Kemper reißt mit 50 Leuten einen Reisebus an. Es wird bestimmt eine geile Party. Wir reißen die Hütte dort ab. Und ich freue mich auf euch. Sichert euch Garten. www.beviva-mallorca.de Bye Bye